Daryl Dixon Daryl Dixon Mein Name ist Daryl Dixon. Ich komme aus einem Ort, der Commonwealth heißt. Er liegt in Amerika. Was hat sie nach Frankreich verschlagen? Eine Reihe von schlechten Entscheidungen. Wir haben auf sie gewartet. Ich bin Laurent. Sie sind der Bote, um Laurent zu leiten. Sie können ihn unversehrt dorthin bringen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Sie können ihn unversehrt dorthin bringen. Bis er bereit ist. Wofür bereit? Das Wiedererwachen der Menschheit zu leiten. Dinge passieren, die einen verändern. Vielleicht sind wir in dieser Hinsicht gleich. Gebrochen, bis die Welt endet. Nimm es. Wenn ich es nicht zurückschaffe, sollen sie wissen, dass ich es versucht habe. Ich versuche es immer noch. Ich versuche es immer noch. Wenn Sie sein, wenn ich nicht sicher bin. Na mit wie superpower minekern ist! Und das größte ist,